moin moin und herzlich willkommen ciao ragazzi zu einer neuen folge f1 2017 mit dem virus ja und wir sind online meisterschaft weiter geht's italien tschüss goos los los tschüss ja 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 schöne grüße da mal raus an pol von codemasters die ja wollen gehen wir sind auch reifensatz nämlich also der virus ist noch nicht so weit deswegen dauert es ein bisschen ja hallo ich hab nix offen nix laufen nix können nicht schmerzen so training ist trocken aber bewölkt alles quali fein ist bewölkt und rennen regen nein nicht schon wieder das kennen wir doch das hatten wir schon zweimal nein dann denkt man sich kann man schön in italien rumpasen nein geht nicht ja da ja in meiner abwesenheit ein bisschen zocken können und ja das wird mir jetzt nichts richtig gar zu geben die zeit müsste wohl im regen nicht kriegen werde ich nicht nein vor allem auch in monster dann auch noch ne ok die kurve fängt jetzt nicht so gut an weil ich gerade so ein bisschen schadensfreude habe ich grinse gerade von ohr zu ohr aber egal wir werden nachher sehen ob du im rennen noch grinsen wirst ich hoffe für dich dass er das sagen wird weil virus und regen ist ja auch so ein fall für sie warum das mal ganz entspannt erstmal die einführungsrunde fahren hier ist aber auch eine herrliche strecke bis auf diese zwei kleinen super kurven ja bis auf die s kurven geht das eigentlich also was ist denn nicht mit dir in ordnung hör doch mal auf alter durchzudrehen ich tu dir doch nix gibt es denn zu viel gas ne eigentlich nett aber eigentlich schon ne ja das also für mich nicht aber wenn das auto sagt ja ok dann fick dich ja freunde sind nur noch acht rennen bis zum beenden dieser ersten meisterschaft von mir und dem so von dem gamel und mir der esel nennt sie immer als letztes gell 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 ja der esel nennt sie immer zuerst ja auslaufzone lol er hat er zu spät gebremst oh ja diese kurve da ist oh ja schon das erste kiesbett schon mal er hat seine spuren hinterlassen sagen wir mal so ja das finde ich gut gemacht nach dem letzten update dass du die spuren siehst wenn du kiesbett warst das hat was ja auf jeden fall so muss das auch na da kam ich jetzt ein bisschen zu weit raus da war die zeit schon wieder hinfällig aber ist ja eh nur das training gucken wir mal was die erste runde so bringt boah ist doch nicht mal nochmal oh war das langsam ey ähhhhh ich kasse diese kurve ich hab die schon wieder verkackt man ich das ach ne das kann ja nur lustig werden hoffentlich nicht ey er will doch nicht mal bremsen was ist los mit dir am rad naaa wie sie dir am arsch hin ja ich muss doch mal boxe stop bestätigt du kannst am Ende dieser runde reinkommen ich erstmal einen neuen flügel holen muss bei so einer einfachen strecke au 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 ja ich hab doch vorhin den quad gerammt wo ich äh zu spät gebremst habe und ja da hab ich vorne rechts einfach abgekriegt ne ja da wird sich zu mir egal naja auf dieser strecke müssen wir natürlich glänzen wäre ja schade wenn hier ferrari nicht gewinnt da ist schon so ein bisschen druck bei uns da ist die boxe kasse hier ist die boxe kasse aber ganz schön kurz da muss man auch drauf achten naja so finde ich aber gar nicht so schlecht dass die so kurz ist weil dann bremst du einmal richtig stark an und dann geht das aber das müssen wir natürlich erst warten können sie direkt weiter schieben da hab ich ihn mal rum fertig sind mit rumfentern jetzt so mann 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 aber jetzt dauert es ein bisschen länger wegen dem spoiler äh wegen flügel he 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 alter beschwede bin ich langsam 1,7,6 ich hab mich auf dem 5. platz eingedings der quite um 2 aaaain ne ja noch die anderen sind noch nicht gefahren oje 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 8 von 20 ok so ein hamilton oder so ein bottas die machen das noch glaub mal ich werd jetzt mal mal was hab ich jetzt ne weiße reifen ne ich werd mal wechseln auf set up ist y ja oder falls du nicht lesen kannst geh einfach nach den Farben wehe du wirst frech alter ganz ehrlich so reifen aus war ja natürlich die roten zack aktuelle set up hihihi ja beim virus dauert es noch ein bisschen voreinstellung maximaler abtrieb erhöhter abtrieb wie kann ich denn jetzt hier die scheiß reifen wechseln mann ne ne in dem du mit lb einmal zur seite drückst ok ein neues set up für dich er hat zwar gesagt aber ich hab nicht gesehen dass sich was verändert hat ja aha aha auto einstellung anzeigen wir sind zweiter auf dem temporadar 328 einmal zu lange unten rechts in die ecke zu den einstellungen geguckt und schon hat man einmal gras mit getuschiert geht schnell ey jetzt gleich noch eine 1 24 und dann bin ich zufrieden reifen druck reifen druck ja das nee das will ich nicht ja da brauchst du nicht dann rumspielen normalerweise oh hamilton ist draußen alles klar hoffentlich blockiert er mir jetzt die runde nicht hm 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 12420 ei 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 ne nochmal zur strecke mal gucken si hamilton du bremst viel zu früh du Ich mag ihn nicht. Ich habe ihn noch nie gemocht. Ausgerechnet jetzt muss ich rausfahren. Orangenen Frontflügel, weil Herr von und zu mir keinen Platz gelassen hat. Ach, ist das ärgerlich. Mit der besten Reue, mit Bestzeit fahren wird natürlich mit dem Flügel jetzt nichts mehr. Ach nee, der ist sogar rot an der Seite. Oh, ups. Aber genau den Palma vor mir. Ich auch. Gut, dass es hier auf der Strecke nicht so viele Rechtskurven gibt. Der war gut. Das heißt, der Camillo muss sich erst einen neuen Flügel holen. Ist das zum Kotzen? Ob ich jetzt die Einfahrt verpasst? Nee, hier ist er. Ja, ja, Hamilton. Ja, ja. Mein Lieblingsfreund. Ja, nee, Hamilton mochte ich ja noch nie. Verstappen kam später noch dazu. Ah, dann wird das Training halt ein bisschen länger, mein Gott. Eine gezeitete Runde wollte ich schon auch gerne fahren. Oder eine gewertete Runde, ja. Na komm, macht mal schneller hier, macht einen Spoiler neu, ich will raus. Na komm. Please. Geht doch. Geht doch. Oh, cool. Jetzt sag da mal endlich mal was Gescheites. Okay, was gibt's auch? Naja, 300... Ich bin beim Temporal der Schnellste mit 336 kmh. Vorhin hat das mir auch gesagt, aber mit zweitschnellste. Wo hab ich denn die 336 rausgekloppt? Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich mich gar nicht drauf konzentriert, muss ich zugeben. Die lange Gerade hier wirkt wohl wahre Wunder. Ja, wenn du die S-Kurve richtig nimmst und dann voll durchziehen kannst. Nee, Magnussen, du kommst nicht vor mir, nee. Sonst krieg ich wieder nichts geschissen hier. Bleib bloß hinter mir. Camelo braucht Platz. Oh nein. Jetzt hab ich den vor mir, wo Daniel sich wieder rumgeärgert hat. Oh. Platz 6, ja, am Arsch. Du hast ja keine Zeit gefahren. Hamilton bremst doch nicht. Ach man, dieser Lauch, ey. Naja, jetzt weiß ich, wie's mir eben ging. Deswegen sag ich ja, eine gute Runde muss doch wohl drin sein, ey. Ich hab's nicht auf Platz 6 gefahren, aber die haben ja so früh gebremst, ja. War ein bisschen zu früh. Ah. Das gibt's nicht, ich hatte noch grün. Na, im Moment ist auch die schlechteste Zeit, um gute Runden zu fahren, weil alles voll ist auf der Strecke. Diesmal, ich hab, äh, Obrecht's rot. Ach, scheiße, Mann. 600. Ich hatte voll 200 zu den grünen, da kam die eine Kurve und dann halt nur eine rote. Ich denke, willst du mich verarschen jetzt, ey? Oh, habt ihr nix getan? Und dann kippst du mir, ey, ey. Ja, wollen wir doch mal gucken, Freie war mit Marzipan. Jetzt kommt's drauf an. Oh, ich komm mal auf D-Grade vor der Ziel. Vor der Ziel, Alter, was ein Deutsch, ey. Oh, scheiße, fahr bloß schneller, egal wer vor mir ist, fahr schneller. Ich hab frei ein Bild. Peres, nein. Du erwartest in 10-15 Minuten Regen, ja, dann erwarte den mal. Ja, wir hoffen zu Quali, damit das Rennen trocken bleibt. Ich weiß, viel gespinst, aber einer muss ich ja sagen. Ja, wär schön, wenn's Quali trocken bleibt, oh. Ja, nice, so will ich das sehen, Baby. Bam. 1,24, hey. Boxenstopp. So, jetzt bin ich zufrieden. Ich hab grad zu viel gebremst. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Man muss echt die S-Kurven super durchkommen, dann geht's. Ja, die ich gerade hier, wo ich jetzt bin, gerade, ey, jo. Aber komischerweise, man sieht auf Platz 2 keinen Hamilton oder keinen Bottas. Das wundert mich so ein bisschen. Noch nicht. So, jetzt komm ich. Mal gucken, was ich raushau. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf PC. Yeah, er ist auf 2. vorgefahren. Was hast du denn für eine Zeit gehabt? Äh, 1,28. Na nur, okay. Ich weiß nicht, was mit Hamilton und Bottas los ist, aber ich glaube, den Hamilton hab ich eben leicht rausgehauen. Den hab ich mir vorhin auch vorgeknöpft. Wahrscheinlich hat der keinen Bock mehr auf Training. Aber dass der Bottas nicht vorne mit dabei ist, das wundert mich echt. Egal, wir werden's gleich auf der Tafel sehen. Au, hier vor mir wird sich ein erbitterter Zweikampf geliefert. Zwischen Bottas und Grosjean, dann sagt schon alles. Dann kommt Bottas auch nicht vorwärts. Boxe, stopp. Armer Bottas, armes Tuck, Tuck, nicht. Ha. Ist der Monster, der Monster ist hier unsere Strecke, geh weg. So, wollen wir mal gucken. Dann schiebt mich mal schnell rein, bevor der Kollege guckt. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Zeit. Jo, hat gepasst, sehr schön. Monitor, Monitor. Oh, da kommt der. Ja. Er hat gerade wieder ausgelaufen. Wolltest du nicht Reifen gewechselt haben? Du hast noch weiße Reifen drauf. Lol. Ja, irgendwie funktioniert das da nicht. Keine Ahnung, warum. Ist auch fürs Training. Ist scheißegal jetzt. Nee, nee, nee. Du gehst einfach auf Setup, drückst dann L, B und suchst dir die anderen Reifen aus und drückst dann A. Fertig. In 10 Minuten ist Regen angesagt. Mi, mi, mi. Ich dachte, Qualifyen soll trocken sein. Also, dann bloß ruhig, ey. Scheiß auf seinen Regen, Alter. Rennende Regen. Habe ich ja schon überhaupt gar keinen Bock drauf. In Italien sollte man zu dem Zeitpunkt auch schön Urlaub machen, damit man das richtig schön genießen kann. Na genau, wir schicken dich dann freiflugmäßig da hin. So, 1,48, Riccardo, Högenbeck, 1,30. Oh, Ocon ist auch vorne mit dabei, Sainz. Magnussen ist siebter, wow. Botter ist nur achter, was ist denn jetzt los? Irgendwann ist hier doch kaputt. So, und wo haben wir unseren Freund auf Platz 9? Seid auch, wie süß. Alles klar, so kann es laufen. Ja, das war es fürs Training. Würde ich auch sagen. Wir sehen uns im Qualifyen wieder. Hauts rein. Tschüss, tschau und fau.